Viel Platz und Komfort bietet dieser SUV. Dieser Land Rover ist aus dem Baujahr 2019 und hat 12.000 km auf dem Zähler. Ein Dieselmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Sie verfügen in diesem Land Rover über eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Zentralverriegelung. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017